Morgen! Morgen! Moin! Moin! Alles klar bei euch? Ja! 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 Ja, hallo, ich bin die Emma. Ich bin zwölf Jahre aus Hermeska. Und meine Frage ist, wie oft habt ihr so mit zwölf trainiert? Das ist natürlich eine gute Frage. Da muss man erst mal überlegen. Was ist das für eine Jugend? Zwölf Jahre nochmal? Die Jugend. Ja, ich glaube, da habe ich so dreimal die Woche, drei, viermal die Woche trainiert. Ja, auch eher dreimal, glaube ich. Natürlich jetzt bei so einem Lehrgang ist das schon ein bisschen mehr, weil wir natürlich viel zu tun haben. Was wollt ihr in eurer Handballkarriere noch erreichen? Da ich noch relativ jung bin, habe ich noch ein bisschen was vor. Am liebsten natürlich auch mit der Nationalmannschaft erfolgreich zu sein. Da haben wir ja jetzt bald eine Möglichkeit, etwas zu erreichen. Und da muss man natürlich hoffen, dass man gesund bleibt und hoffentlich noch auch mit dem Verein um Titeln mitspielt. Und meine Frage ist, was macht ihr vor dem Spiel hinter den Kulissen, also auch schon in der Halle? Unterhose wechseln, Trikot anziehen. Das sind ja schon so ein paar Dinge, die da noch dazukommen. Die Physiotherapeuten haben da immer noch ein bisschen Job, wenn sie uns die Füße tapen müssen. Der eine oder andere spielt mit Fußtape, dass da an den Sprunggelenken nichts passiert. Und dann machen wir uns eigentlich gegenseitig heiß und motivieren uns für das Spiel. Warst du schon mal auf den Nullpunkt und wolltest mit dem Handball aufhören? Und wenn ja, wer hat dich motiviert weiterzumachen? Auch natürlich, wenn man sich verletzt, das ist schon immer ein Rückschlag. Aber das Gute am Mannschaftssport ist ja, dass man nicht alleine ist, dass man da von der Gemeinschaft aufgefangen wird und von Anfang an Unterstützung und Motivation kriegt, um da die Kraft zu schöpfen, um schnellstmöglich, bestmöglich wieder zurückzukommen. Wenn du deinem zehnjährigen Ich begegnen würdest, welche Frage würdest du dir stellen und welchen Rat würdest du ihm geben? Ich habe die elfte Klasse wiederholt. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir meinem zehnjährigen Ich gesagt, naja, streng dich vielleicht im ersten Jahr in der elften Klasse ein bisschen mehr an, dass du die nicht wiederholen würdest. Wer echt am meisten Süßigkeiten vom Team? Also, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe bei Marian Michalczyk schon die ein oder andere Tüte auf dem Zimmer gesehen. Ich weiß nicht, ob er das auch isst oder ob die da nur liegen. Wir ernähren uns sehr, sehr gut hier. Wir haben einen Koch dabei sogar, der für uns richtig gesunde Sachen kocht, aber ab und zu ist auch mal eine Tüte Haribo dabei. Wie ist die Atmosphäre bei euch im Team? Erstmal, was hast du denn für ein cooles Studio da eingerichtet? Hast du einen eigenen Podcast oder so? Das Studio wäre perfekt dafür. Nee, das gehört meinem Papa. Nee, unsere Atmosphäre ist echt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir uns untereinander gut verstehen. Das sagt man ja immer so, aber es ist auch bei uns wirklich so. Also, meine Frage ist, ob es irgendwas Spezielles in den Pausen zu essen gibt oder zu trinken. Da sind wir gut versorgt hier. Es gibt auf jeden Fall immer Obst. Schnitzel mit Pommes. Für Uwe, ja, genau. Nein. Dürft ihr in eurer Freizeit auch bei anderen Handballspielen zuschauen? Ich gucke zum Beispiel gerne bei meiner Schwester zu. Die spielt auch Handball in der Bundesliga und da gucke ich mir schon das ein oder andere Spiel an. Seid ihr aufgeregt vom Spiel? Also richtig aufgeregt nicht, aber so eine Grundnervosität gehört schon dazu. Und wenn man für die Nationalmannschaft spielt und die Nationalhymne hört, das ist schon nochmal was Besonderes. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. 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 Tschüss.